so diesmal machen wir hier den juhu stil seite technik also was gesagt wir machen die story weiter erwartet doch nicht erwartet lustig werden ist das sei warum ist sie plötzlich weggelaufen nachsehen ob es etwas ernstes ist nicht mehr zu sehen hier hätte in so kurzer zeit nicht zu weit kommen dürfen wahrscheinlich hat sie sich mit einer linie technik versteckt mal umschauen technik ja das ist voll die linie technik sich hier in so eine kiste zu verstecken scheinen sich nur um einen gewöhnlichen haufen verschiedener gegenstand zu handeln der vermutlich bald von jemandem weggetragen wird es gibt nichts besonderes zu sehen suchen wir lieber woanders hat auch vermutet dass sie hier irgendwie ist war eure händler gängig es sieht nicht so aus als wäre sie hier okay guckt der schwanz raus das scheint etwas sehr seltsam zu sein oh ich kann nicht glauben dass ich erwischt wurde ja dein schwanz hängt halt darauf das werde ich dich fragen sei ehrlich zu mir dann gehe ich und da ist der schreien jungfer ja was mit der sprache genau ok das ist ja ziemlich beeindruckend das ist ja nicht so dass sie ein attentat auf mich verüben wollen oder warum bist du warum bist du am anfang weggelaufen und hast lahme ausreden vorgebracht schließlich hast du mir einen sehr wichtigen gefallen getan aber weil er diese mod of kaya kam ist der bedenke wer ist diese schreien jungfer von denen du gesprochen hast sie ist der bedenkelig ist sie ist das Wir müssen halt nach ihr suchen. Nein, ich werde dich nach ihr nehmen, aber ich muss irgendwo in der Distance schlafen. Wenn sie mich irgendwo nahe, werde ich das Ende nicht hören. Und dann werden sie mich zu all kinds von Arbeit verabschieden, die wirklich in meinem Zeitpunkt zu schlafen werden. Ja, nichts zwielos. Dann suchen wir sie und quetschen mal die Schreinigung voraus. Oh, das ist doch so weit weg. Nee. Okay. 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 Well, we're going to get back. Okay. Okay. Well, we were going to get back. I think this is a little way to get back. Ich erinnere dich an mich. Kommt die Schreinjung von Normalwelt hierher? Es ist so passiert, dass ich eine kleine Kindheit nach dem Namen Sayu. Sie ist ein Ninja, mit einem schrecklichen Habit zu verabschiedern, wenn ich mich umgekehrt bin. Sie ist immer negativ an ihre Fähigkeiten. Sie kommt oft hier um einen Nacken zu nehmen, aber es scheint, dass sie bereits erwähnt, dass ich sie nachher kommen würde. Du hast noch nie gesehen, hast du? Nein. Sie ist in einem Modina-Kostüm, ziemlich schwer zu erinnern. Nein, leider nicht. Ich habe etwas Seltsames gehört. Es scheint, dass die Yashiro Verwaltung beauftragt hat, mich zu ermorden. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hatte ein komisches Gefühl, dass mir jemand folgte. Es ist möglich, dass diese Ninja ohne Erlaubnis handelt, wie Seiya zum Beispiel. Dann ist es nur ein Beispiel. Das macht es noch verdächtiger, nicht wahr? Nun, das ist sehr beruhigend. Sie ist echt der Scharfsinnig. Warum ist ihr Schwanz wieder zu sehen? Nein. Nein. Ich glaube nicht, dass Sie sich wirklich zu erinnern hat. Komm schon hier, in diesem Moment. Ich entschuldige, ich bin Angst, dass ich das Thema nicht verletzt habe, mit der Sincere. Ich werde diese Orte zurück zur Yashiro Kommission für weitere Beleidung nehmen. Gut. Sphär, wenn ich nichts mehr tun kann, dann werde ich... Ahem, Saju! Oh, uh, ja? Hm. Hm. Ähm, warum? Glücklicherweise haben wir ja eh keine anderen Termine. Ach, Sai, oder nicht? Deine Maus. Ah, wir sind gekommen. Alles klar. Ich gehe jetzt zur Yashiro Kommission, um zu fragen über Saju's Missionsordern. Wir passen schon auf die Kleine auf. Wir passen schon auf die Kleine auf. Ja, erwartest du euch jetzt nicht, dass ich dir helfe, zu faul einsen, oder? Eigentlich... Ich habe dich geholfen, als eine Helfer zu kommen. Keine Chance, zu zu viel Detail zu gehen. Die Schreinmaiden ist schrecklich. Als sie auf meine Träume aufhört, ist es fast nicht möglich, dass ich sie nicht schocken kann. Aber du bist auch super skillet, also vielleicht kannst du mir helfen. Ich tue so weit das nicht. Ich wollte schon immer mal fragen, warum du so besessen bist in dieser Schlafsache bist. Nun, es gibt viele Vorteile von mir. Du kannst du regenerieren, du kannst, du kannst dir die Mensch, du kannst, du kannst, und du kannst, du kannst, und du kannst, denn du kannst. und ich habe vieles zu machen. Du kannst auch versenken. Das stimmt. Du kannst, der andere Ninja kann leiten auf die großen tree in eine Waffe, und du kannst die frische Frucht sehr hoch. Being tall ist die Karte zu alles. Aber gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Wachstum und der Menge an Schlaf, die man bekommt? Aber auch niemand wird plötzlich größer, wenn er schläft, oder? Ich sehe, dass du müde bist, aber das ist keine gute Idee. Vor deiner Verantwortung davonzulaufen. Mir fehlt es eindeutig eine Ansatzreflexion. Zumindest sollten sich Kaano, Nana und dein Lehrer keine Sorgen um dich machen. Hm, jetzt, dass du das sagst, habe ich nur eine Idee gehabt. Wenn du Ninjutsu lernen und mir mit meinen Aufgaben helfen kannst, dann kann ich schlafen und fokussieren. Es fehlt dir wirklich eine Reise als Reflexion. Du wirst sehr gut sein, wenn du deine Reise bist. Keine Angst, ich persönlich werde dir alles erzählen. Wenn du schwerst, dann werde ich dir schwerst, um dich zu erzählen. Siehst du? Das ist nicht so, dass keiner Zeit zu sein, um zu schützlos zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Siehst du? Du bist die Heroin, der schützt Sayu's Net-Time. Wir können uns trainieren, kurz die Shine-Meeting zurückkommen. Oh, ich bin ehrlich gesagt, dass du hier noch bist, Sayu. Unless... Ist das eine Art Trick? The Traveler is interested in Ninjutsu and wants to learn together. Is that so? Though it is strictly forbidden for some Techniques to be taught to outsiders. But I suppose you are an exception in this case. Gibt es schon ein Ergebnis des Attentats? Indeed, I did. I was able to determine that the Yashiro Commission had no intent of carrying out such a mission. They are now investigating the Orson. of these orders. Rest assured. The related personnel are all aware of the situation. And there should be no further threats to your safety. It's a good. Well then. Let us begin your Ninjutsu training. Please follow us. Ah. I'll show you my favorite skill to practice. Basically, it's an escape technique. I use it to make a quick getaway whenever the shrine mate is after me. All right, Sayu. Just leave the explanation to me. This is a technique to help Ninjutsu train their agility. When the unpredictable happens during a mission, Ninjutsu must be capable of traversing a variety of terrains. During our training, we often set up obstacles on both sides of this stream and have Sayu make her way up the course. I often slipped when I was little and either found myself falling face first into the mud or getting battered as I tumbled down. So don't underestimate this little course of ours. It's not as easy as you think. Sayu may be exaggerating a little. With your adventuring experience, I'm sure you'll do fine. Yeah. Go ahead and give it a try. I'll guide you through it. Nice try, Sayu. You'll run the course first. Quickly now. Aww. Come now. No stalling. Give the traveler a proper demonstration. Alright, alright. Leave it to me. Although Sayu doesn't usually exert her best effort, she does have strong Ninja fundamentals. Do your best. I'll be waiting at the finish. Na dann. Zeigen wir mal, was wir können. Oh. Ah. Oh. An. 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 Das sind Orte wie diese, die einen wirklich Lust zum Tanzen machen. Läter versuchen wir die alte Zitter hier zu... Nein. Ich war jetzt etwas irritiert davon. FIS Vision, ja. Time to go. Was sind wir jetzt? Bist du noch zwei? Ist dein Lehrer gegangen? Ja. Sensei sagte, dass es irgendwelche wichtig sind. Sensei me sagte, dass sie sich ein Ninja zu werden, während sie weg sind. Sie wissen, das Kind of Ninja, die jeder kann vertrauen. Du erinnerst deine Sensei's Worte, aber du sicher nicht reagierst auf sie, zu spüren die ganze Zeit. Hey, ich arbeite sehr. Wenn ich nicht schlafen... Es ist nur, dass diese Zeit perfekt ist für nappen. Ich kann wirklich nicht helfen. Der Problem ist, dass für dich, jede Zeit perfekt ist für nappen. Ich bin nicht schlafen. Auf jeden Fall. Du hast sicherlich gut gehalten. Der nächste Übung ist live-kombat-kombat-kombat. Wir gehen, ob wir? Wir haben, dass Sie noch nicht die Art von Ninjutsu haben. Sie sehen, dass Sie sich erst zu zeigen, dass Sie sich erst zu zeigen. Das wird eine große Chance für Sie sehen, ihre Ninjutsu zu sehen. Nein, nein. Dann zum Training. Es kommt mehr als ich erwartet habe, muss ich mal so sagen. Kürz. Ja. Korallen. Meeres. Röstlinge. Das hat irgendwie was von einer Koralle. Ja. Oh. Ich bin nicht so. Das war's für heute. Oh, ouch, dann noch mehr. 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 Du sagst es vorhin, dass wir es so lange üben, bis ich es verstanden habe. Ja, that was my sensei's way of teaching, very strong and patient, which is a little too much work for me. Was für ein Mensch ist dein Lehrer? Ist dein Lehrer auch ein Ninja? Wie heißt er? Ja, sensei's name was, äh, what was it now? Huh? I guess I never asked. I just called them sensei. I think sensei was a Ninja. Actually, sensei never really mentioned it. Größe und Geschlecht sind die jedoch bekannt, oder? Sensei's height, hmm, they were taller than me. As for other qualities? Weiß nicht mal welches Gespräch? Sometimes it's hard to tell from just appearances, but these details don't matter to me. All right, that's enough idle chatter for now. If sayu sensei ever returns, I'm sure you'll have the chance to meet. As for our next exercise... Uh, wait! I'm not quite up to it yet! You need to take a break first. We agreed on a break after every two exercises, didn't we? Remember? To keep training from being too forceful. Fine. Even if I did push you, I suppose you would end up napping on the field anyway. Go, have a rest. I shall wait for you here. Remember, no running off. Got it. Come with me, traveler. I'll take you to a nice place to relax a bit. Phew. Finally, time for a break. Okay, machen wir eine Pause. Ich habe so einen Gedanken, wenn er Lehrer sein könnte. Gegen den Kostüm. Was ist das? Sensei knew that I was concerned about my height. So, before leaving, Sensei measured my height and used the rope to mark it on the tree over there. Nothing is more satisfying than growing. At least, that's what Sensei told me. But even after all this time, not only have I yet to outgrow the rope, they think the rope is getting higher with the tree. Maybe it's because I'm not sleeping enough. Maybe it's because I'm not sleeping enough. Maybe it's because I'm not sleeping enough. Do you have any idea what Sensei might have meant? Here is a idea, the not unbedingt right. That's okay. Just say it. Either way, I'm sure you understand more than me. Okay. Okay. I think I understand now. I love to take Nats under a tree or hide in the shade or eat some of its fruit. This is how the tree provides for me. I see. Okay. Just wait here. Don't worry. I'll be right back. These fruits are for you. No, no, no. I get it now. Uh, how should I put it? Uh, how should I put it? No, no, no. I get it now. Sometimes I think that the Shumatsu-ban is more trouble than it's worth. Everyone's trying to keep me from getting enough sleep and growing taller. Sometimes I wonder why I even bother sticking around with them. But every time I think about it, I can't help but remember Sensei's smile. And then I think of this tree and my vision. Someday, this tree will also be shelter for a kitsune or some other animal. So, in the same way, someday, after I've grown nice and tall, I'll be protecting someone with my Ninjutsu. Then you should not always press work. I know. Sigh. Sorry. I guess I was hoping that I grow faster and that I could work hard. But it seems that I've already spent too much time trying to grow. If I gave up my dreams of growing tall, could I still fulfill everyone's hopes? I've always avoided asking myself this question. It just makes me feel a little nervous. And... I've yet to find an answer. I still don't know what to do. Sigh. I don't even know what I actually can do. But... I thought that at least I can give you some fruit to eat. Hehehehe. You remind me of Sensei. You're kind and can even understand what Sensei was thinking. So I thought I should at least show a little bit of enthusiasm. It's also in Ordnung, mich Lehrer zu nennen. But wasn't I the one teaching you Ninjutsu just now? Although... I'm sure you know a lot more about life than me. So I guess you could still count as my teacher in that regard. Immer mit der Ruhe ist es Zeit für eine Pause. Yeah, you're right. I was getting a little carried away. Why don't we go practice a little more Ninjutsu after a break is up? Today is one of those rare days when I feel super motivated. But never mind that for now. We've got lots of fruit to eat. Come on. Take whichever you like. Hehehe. No... Mit den Bäumen. Du kannst ihre Gefühle einigermaßen verstehen. Irgendwann wird die alten Erwartungen an sich gerecht werden können. No...